Musik Ostfriesen TV sucht wieder einen Ort in Ostfriesland. In dieser Woche liegt er im Landkreis Wittmund. Der Luftkuhort lockt jedes Jahr viele Touristen an. Er hat auch ganz schön was zu bieten, wie die Mühle aus dem 18. Jahrhundert. 2002 wurde der Erdholländer komplett restauriert. Heute ist die Mühle ein Museum und kann besichtigt werden. Es gibt hier eine Burg aus dem Mittelalter. Sie wird auch mit einem Schinken in Verbindung gebracht. Aber wenn wir das verraten, dann wird es zu einfach. Also liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt. Welchen Ort suchen wir dieses Mal? Bis zum nächsten Mal. TP